Gute Mr. Sportify hier. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Lucas Hernandez vom FC Bayern München muss in Spanien vor das Gericht und eventuell sogar in Haft. Zumindest ist die Haftstrafe angeordnet. Aber wie schlimm ist es eigentlich und warum ist es überhaupt in dieser Situation gekommen? Zuallererst hat der FC Bayern München sich noch nicht dazu geäußert. Hat auch gesagt, es ist Privatsache des Spielers. Allerdings ist das schon länger bekannt und auch öffentlich, dass es einfach die Situationen gab und auch die Entscheidungen. Und viele werden jetzt sagen, ja bei normalen Streit hat man ja keine Kontaktbeschränkung oder Kontaktverbot gegenüber seiner damaligen Freundin, jetzigen Frau. Jein, so war es ja nicht. Viele denken jetzt, ah er ist handgreiflich geworden oder whatever und er hat sich geschlagen und so weiter. Das ist so nicht unbedingt korrekt, dass es nur von seiner Seite aus gewesen ist. Denn es gab auf öffentlicher Straße einen handfesten Streit. Und dann sind die beiden zu 31 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden, aber auch zu einer Kontaktbeschränkung, zum Beispiel Kontaktverbot untereinander innerhalb der nächsten sechs Monaten. Sie durften sich also nicht sehen. Damals waren sie ja noch nicht verheiratet, sondern nur, sag ich jetzt mal, nur zusammen. Damals waren sie ja noch nicht verheiratet, sondern nur, also nur zusammen. Allerdings haben sie dann geheiratet, sind in den Flitterwochen gegangen und dann wurden sie halt aufgehalten, weil sie gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden sind. Und sie durften das laut Urteil nicht und dementsprechend wird jetzt die Haftstrafe angedroht. Und mal schauen, was da rumkommt. Denn ein Tag vor dem Champions-League-Spiel gegen Lissabon muss Hernandez vors Gericht. Und da wird man mal schauen, was dabei rumkommt, ob er wirklich ins Gefängnis muss oder nicht. Zumal sie ja mittlerweile jetzt wirklich auch verheiratet sind. Das ist ja das Ding. Also sicherlich hat sie nicht das Urteil gewollt oder beantragt, dass er Kontaktabstand hält, sag ich jetzt mal. Sondern es wurde einfach vom Gericht entschieden, weil das in der Öffentlichkeit so ausgeartet ist. Muss man sich mal vorstellen, dass du dann seine Freundin, seine Partnerin in der Öffentlichkeit nicht sehen darfst. Ist schon hart. Und wie gesagt, der FC Bayern München zeigt sich auch davon überrascht, was ich nicht verstehen kann. Denn eigentlich war es keine Überraschung. Es war eigentlich bekannt, warum der FC Bayern München jetzt dadurch überrascht ist. Oder dadurch von dem Urteil und auf einmal das Haftstrafe droht. Das verstehe ich nicht, weil es eigentlich bekannt gewesen ist. Warum die Bayern das so machen, weiß ich nicht. Warum die da nicht was gesagt haben. Klar, Öffentlichkeit und Privatsache ist was anderes. Zu schützen, seine Spieler. Aber es war bekannt und man kann nicht so tun. Auch ich wusste von nichts. Natürlich entstehen dadurch ja viele Memes und viele Kommentare, die sich dann sozusagen anordnen auf die Vergangenheit der Bayern. Und die Akte, dass es hier und dort natürlich auch schon Probleme, sage ich mal, mit Urteilen gab. Gehört dazu. Müssen Bayern-Fans jetzt durch. Bin ich ganz ehrlich. Müsst ihr ertragen. Denn wie oft kriegen andere irgendwie mal so eine Breitseite. Das wird jetzt aber nur eine Zeit lang sein. Schaut mal, wie Hamburg-Fans und Schalke-Fans und teilweise, ja, vielleicht bald Hertha-Fans, es geht. Ich bin ein Hamburg-Fans, muss sich drei, vier Jahre lang was anhören. Schalke-Fans jetzt seit, ja, ein Jahr ungefähr. Also werden die Bayern-Fans jetzt hoffentlich mal ein paar Wochen das aushalten. Und dann ist wieder alles gut. Ich melde mich auf jeden Fall wieder, wenn dazu was Neues gibt. Ich wünsche auf jeden Fall, ja, den beiden sowieso alles Gute. Ich meine, sie sind angeheiratet. Da ist alles gut. Und wäre natürlich traurig, wenn man wegen sowas, sage ich jetzt mal, in den Knast müsste. Weil man wieder den Kontakt hat, obwohl alles gut ist. Und dafür in den Knast muss. Wenn ich bedenke, auch in anderen Ländern ist, wer nicht in den Knast muss und was sie anstellen, dann greift man sich wieder nur an den Kopf. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Haut gerne mal eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare rein. Ich sage ja, Arrivederci. Ja, natürlich bis dahin und ciao, ciao.